So, jetzt sind wir hier im Konzert vor I.A.O.G.A. Es geht schon ziemlich ab, ziemlich voll, hat viele Leute und wir wollen schnell ein wenig hören, wie das so tut. Sing with us! Es ist das schönste Fest in Winterthur, Afro-Pfingsten. Wenn jetzt jemand Afro-Pfingsten nicht kennt, was würdest du ihnen sagen, warum kommt man da hin? Da kann man die ganze Welt lernen auf einem Platz. Unglaublich, es ist eine riesige Szene, es steckt alle an, da kann man sich gar nicht erziehen. In the middle of these days, seasons change us as quickly as a harmony. I need to escape. Es geht wirklich ab bei William Wyne. Mir gefällt es ihm? Cool! Oder er geht runter? Ja, es geht wieder runter. William Wyne ist super. Mir gefällt das Konzert. Super! It's fantastic. Es ist der erste Kampion her für den Horvig. Es ist der erste Kampion her für den Horvig. Es ist der erste Kampion her für den Horvig. Es gibt einen kleinen Halt. Wir gehen und errichten uns auf der Herzen über die Kosten. Und wir sehen uns auf der Herzen über diese Schilder. Und wir hören uns über die Halt ein. Wir werden unsere Tiefel und die Halt. Wir werden in der Halt. Wir werden uns über die Halt. Wir werden uns über die Halt.